Hallo und herzlich willkommen, liebe Playdies und Gameboys da zu Hause an den Bildschirmen. Es ist unfassbar, es geht mal wieder weiter mit Rhythm Heaven, The Best Plus. Und wie man sehen kann, im Gegensatz zur letzten Folge, hat sich hier doch einiges getan. Die letzte Folge liegt nämlich echt zeitlich, mehrere Monate zurück, obwohl eigentlich zwischen den Hochladevorgängen nur wenige Tage, wenn überhaupt einer vergangen ist. Naja, wenig Zeit halt, ich muss das ja erst noch hochladen. Ich kann ja diese Vorhersage, die ich gerade getroffen habe, ein bisschen mit einbeziehen. Nein, ich lasse es lieber. Ich lade das so schnell wie möglich hoch. Jedenfalls, ich bin wieder da und hoffe natürlich, dass ich jetzt auch wieder aktiver sein kann in nächster Zeit. Versprechen kann ich natürlich nichts, aber es fühlt sich einfach so gut an, wieder da zu sein. Und ja, es wäre schade, wenn man das nicht so lange wie möglich ausnutzen und auskosten könnte. Ähm, ja, was in der letzten Zeit passiert ist, gerade in den letzten Monaten, was zu dem hier allen geführt hat, ähm, das sehen Sie in einer anderen Folge. Ja, äh, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Da mache ich ein kleines Let's Playchen mit einem kleinen Spielchen, äh, wo man das ganz schnell mal so ein bisschen aufrollen kann. Dann, das wird eine Sache von einer halben Stunde oder sowas und da wird dann ab und zu mal ein bisschen was drüber erzählt. So, aber jetzt sind wir hier, ähm, ich möchte jetzt auch nicht mit Details über Kram langweilen, der mit dem Spiel nichts zu tun hat. Und deswegen geben wir uns in diesen Turm, in dieses Minispiel und machen hier einfach mal weiter. Ja, so einfach ist das. Okay, ich weiß schon ungefähr den Beat und trotzdem habe ich meine Schwierigkeiten gleichzeitig zu sprechen und, äh, zu spielen. Andererseits, ich möchte in diesem Minispiel und in allen anderen am besten auch wirklich einen, ähm, Goldrang oder sowas. Klapp, 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 eins, zwei, drei Ich bin da und dabei Hat doch noch geklappt Ich mach es mit den Händen und ich klatsche Schade, hab leider den Stern nicht bekommen Bitte lass das noch genug gewesen sein für ein Naja, für die Punktzahl über 80 da, die ich brauche Oh, es war genau 80, super Wie man in der deutschen Version dort stehen haben würde Ist ja der Wahnsinn Hat also gerade noch so gereicht, gut Ich hab nämlich, Moment, ich kann das ja mal zeigen In den anderen Levels nehme ich jetzt überall Diese Superb-Ränge geholt und sowas Naja, okay, ich zeig jetzt nicht alle Aber ja, es ist so und Jetzt muss ich eigentlich nur noch bei den restlichen Levels Das gleiche tun Hier sollte es nicht so schwer sein Das kann ich Ich verstehe jetzt auch, wie das Ganze funktionieren soll Ehrlich gesagt Ja, machen wir es einfach mal So Mal schauen, wie fängt es jetzt an Ah, genau Und zwar, wir lernen erstmal was Neues Bei diesen Äffchen da Von denen wir ja eins spielen 1, 2, 3, 4 Oh, 1, 2 Mist Oh, 1, 2 Mann, zu früh Klappt doch Mehr oder weniger Oh, klappt, klappt Okay, ich muss das hier mit dem Mit, äh, meinem 3DS machen Und nicht mit meinen Händen Das wär mal cool Rhythm Heaven VR Apropos, genau, ähm Es ist bald soweit Virtual Reality wird Einzug halten In gewisse Wohnzimmer Eventuell auch in Mainz Natürlich auch in Mainz Ähm Nein, ich mein nicht die Stadt Mainz In mein, mein, mein Wohnzimmer Ähm Ja Das wird noch sehr lustig, hoffe ich Ich hoffe, ich kann da auch mal Was aufnehmen dazu Ich bin da ja voll gehypt von Auch wenn man noch nicht weiß 1, 2, 3, 4 Ähm Reden wir nicht weiter drüber So, ja Also wenn sie Also wenn sie Kamané macht, dann Dann kommt Das Und wenn sie etwas dreimal hintereinander sagt Wie Suki 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 Dann Klatscht man viermal hintereinander So habe ich das jetzt verstanden Und das kündigt sich ja von einem Von allein an Da hat sie mal was anderes gesagt Das war ich Ich hoffe, ich habe es damit geschafft, aber ich glaube eher nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, nein, nein, eher nicht. Ich habe öfter versagt dort. Es sind gerade mal 74. Ich muss aber alles schaffen. Mann, ich sollte nicht reden, während ich spiele. Das sollte ich gar nicht. Niemals. In meinem Leben nicht. Aber egal, machen wir erst mal mit dem weiter hier. Oh, den kenne ich noch. Das ist der Muskelmann. Müsste ja dann Muskelmann 2 sein. Moment. Ist das das gleiche wie in Rhythm Heaven Fever? Ja. Ich mache ganz schnell alle Bauen. Klar, denn... Ich lasse es. Oh, Mann. Aha. Moment. Ich fange das von Neuem an. Das war ja jetzt ganz schlecht. Ah, stimmt. Da macht er ja. Jump. Jump. Und nicht Jump. Jump. Äh, Jab. Nicht Jump. Ach, egal. Ich kriege das schon hin. Keine Sorge. Und ich werde nichts singen. Nein. Ich werde nichts singen. Ich werde nichts singen. Hat doch super funktioniert. So, jetzt bitte, bitte, bitte richtiger Rangregel. Richtig, richtig, richtig. Ja, ach, das hat ja voll gereicht. War zwar nicht perfekt, aber... Wenn ich mal ausnahmsweise die Klappe halte, dann klappt's tatsächlich. Wow. Oh, und ich kann wieder etwas perfekt spielen, will ich aber gerade nicht. Nee, das ist, das ist auch cool. Moment, ist das das, was ich denke? Das ist diese Giraffe, also ist das eins von diesen... Nee, doch nicht. Die Giraffe, ach so, nee, die Giraffe ist hier was anderes. Ja, ja, ja. Trotzdem skippen wir das mal einfach, ich schaff das schon. Ich könnte ja gar nichts gerade machen. Hüpp, hüpp, hui. Das konnte ich nicht mal in den Stern kriegen. Oh mein, das gibt einen ganz schlechten Score. Tapp, tapp, tapp. Tapp, tapp. Hui. Oh mein. Nein, das war wieder... Eher schlecht als recht. Hm, 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 hm. Das... Das war nicht nur schlecht, das war sehr... Das war... Oh, das... Das war rausschneidenswürdig. Oh man. Okay. Diesmal. Diesmal schaffe ich's. Dipp, dipp. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ups. Bum. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Das ist jetzt nicht zu viele Fehler gewesen sein. Ich hätte bitte gerne auch ein Superb dahinter und einen Goldrang oder was auch immer, aber ich glaube, das war nix. So gut habe ich mich jetzt eigentlich nicht angestellt, meine ich, aber ist okay.